Hallo meine Lieben, ja, Tagesschau, für euch wieder da, ja, Tagesschau, genau, es geht um 1.2. und 3. Juni 2021 und ich nehme hier einen Stein, was das bedeutet, Themen in der Tagesschau, ich nehme, oh, Glück, Glück, ja, Hauptbotschaft. Dann nehme ich für allgemeine, ja, was allgemeine Themen sind. Erst, zweit und zweit und zweit mit. Partnerschaft. Über die Liebe. Über die Liebe, was da alles kommt. Oh, Trennung. Und was sagen die Engels? Liebe und akzeptiere dich selbst, ja, das ist die Engelsbotschaft an dich. Noch hat du nicht den, übersetzt. Erste, zweite und dritte Juni. Also, das ist noch ein paar Punkte. Mhm. 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 Jawohl, also, die Engelsbotschaft, ja, für allgemein, es geht hier um die erste Botschaft für gewisse Gruppe da draus, es geht um Partnerschaft ganz stark, ja. Lass du das gesunde, unterstützende berufliche und private Partnerschaften in dein Leben kommen, was zur Folge haben wird, dass alle Beteiligten davon profitieren. Du bekommst Hilfe vom Himmel und von einem Menschen, der die notwendigen Fertigkeit und Ressourcen mitbringt, ja. Und dazu gehört auch Suche, Antwort, Entwicklung, Bearbeiten, Verfahren, Prozess und Identität, ja. Über die Liebe, Trennung, eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht. Schönheit blühen, Selbstvertrauen, Weiblichkeit, ja, bleib dir selbst treu, ja, Leute, die so in Resonanz hier kurz vor kurzem eine Trennung erlebt haben, ja, Schönheit blühen, ja, wach wieder auf, schau auf dich, mach dich attraktiver für die nächste Liebe, ja. Hier ist, liebe und akzeptiere dich selbst, ich danke euch Engel, dass ihr mich liebevoll vor Selbstakzeptanz führt. Zuverlässigkeit, Verbundenheit, mein lieber Freund, treu, loyal, unterstützend, lebenslange Freundschaft, ja, du hast Leute, die dich dabei unterstützt und es ist sehr wichtig, ja, dass dir, wenn die Leute vertrauen könnt hier, ja, sich auch öffnen, ja. Die Freunden helfen dir dabei, okay. Zeitkarten, Skorpion, heile die Wunden, acht Wochen, acht Monate, zweite Karte ist gekommen, Zeitkarten, genieße die Zeit, sechs Tage, sechs Wochen. So, meine Lieben, das war Tagesschau für 1. und 3. Juni, bis bald, eure Kometa Luz, bye.